Guck mal, viele so kommen so, fragen so, fragen Tiger so, ey Tiger, die wollen wissen, die wollen wissen, Tiger, wie alt bist du, weißt du, sagen nimmer, Tiger, wie alt bist du, das ist ein Problem, weißt du, habe ich ja, das ist ein Problem, ich bin ja, Kayseri, Kayseri bin ich geboren und Kayseri war früher, Türkei war so, ist nicht wie hier Deutschland, Krankenhaus ist nicht so, so organisieren, organisieren, Türkei nicht so, Türkei, Mama, meine Mama, Tiger, Mama hatte Bauch und dann kam ich, aber da war kein, nichts Arzt, erst Hilfe, Hilfe gab es nicht, das ist Türkei, weißt du, und dann, und dann war so, man konnte nicht gleich rausgehen und zu, äh, Herr Amt, so, weil, äh, war überall Schnee, weißt du, hast Tür aufgemacht, kam sofort, konntest nicht raus, war alles nur Schnee, du, und kräftiger Schnee, konntest nicht durch, musst du warten, bis, bis Schnee weggeht, bis Sonne kommt, musst du warten, dann haben wir jeden Tag Tür aufgemacht, haben geguckt, ist Schnee weg, Mama geguckt, nee, hat Papa, hat Papa gesagt, nee, Schnee ist immer noch da, mach Tür zu, ist kalt, und dann, und dann haben wir ein paar Wochen, Monat, keine Ahnung, haben die wieder aufgemacht, haben gesagt, oh, Schnee weg, dann können wir jetzt raus, dann sind die raus, und dann, und dann, und dann meinte Papa, jetzt muss ich mal dem Jungen Urkunde, Urkunde holen, muss wissen, wann geboren ist, braucht man sowas, wenn, wenn du Mensch bist, du kommst raus, brauchst du Urkunde, weißt du, sogar, sogar, äh, in Deutschland haben sogar Schweineurkunde, weißt du, und in Türkei nicht, man, da musst du raus, aber dann hat jemand gesagt, ey, guck mal, da sind Schafe, musst du jetzt Schafe machen, deine Pferde, deine, deine, so Kühe, musst du, äh, und dann haben die gesagt, okay, muss ich erst mal arbeiten, und dann wieder, wieder vorbei, und dann haben die gesagt, jetzt kann ich gehen, haben die Tür aufgemacht, wieder Schnee, Oh, und dann ging es immer so, und dann irgendwann haben, kam, Mensch, kam, hat Mama statt, hat gesagt, okay, ich hab Sohn, und die haben gesagt, aber, ich hab Sohn auf Welt, und die haben gesagt, das ist ganz schön große Sohn, ja, haben die gesagt, ja, aber wir haben es nicht, ging nicht, hat nicht geschafft vorher, war immer Schnee oder Schaf, weißt du, jetzt haben wir geschafft, haben gesagt, okay, Okay, der ist dann bestimmt, fünf oder sechs oder sieben Jahre alt, und dann hat er mir erst der erste 76 hingeschrieben, aber ich weiß nicht, wie alt ich bin, weißt du, ob ich 76 bin, 78, 79, keine Ahnung, weißt du, ich, ich, das ist egal, weißt du, ich gehöre Herz, aber mein Herz sagt, guck mal, Tiguan ist so, weißt du, wenn du bist so alt, so, du bist so alt, wie du kannst, guck mal, wie du kannst nicht mal Keg machen, Wenn du Keg machst, so richtig Keg, dann bist du, bist du gut, weißt du, wenn du nicht mehr kannst, so richtig Keg machen, dann bist du 20, 30, 40, 50, 60 oder 70 Jahre alt, dann kannst du nicht mehr, wenn du nicht mehr Keg machen kannst, ist es vorbei, weißt du, aber Alter ist so, weißt du, ich denk, ich denk so, Alter ist, wenn du hast, Alter, aber Alter ist Alter, weißt du, wenn Alter ist, kann man nichts machen, ist Alter, ist Tiger, weißt du, wenn du alt bist, bist du alt, kann man nichts machen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du keine, äh, Szene mehr hast, hast du keine Szene mehr, ist egal was aber alter ist egal